guten morgen guten mittag und auch guten abend leute und willkommen zu einem neuen video wir fahren heute nämlich gemeinsam zu einem tuning treffen um genau zu sein zum herz tuning night karlsruhe ich bin so aufgeregt ich war noch nie auf dem treffen so vor allem gerade gestern auto gewaschen schon wieder das ganze auto über nacht vor allem mit diesem sahara staub kennt ihr das dieser tahera stopp der hin und wieder einfach mal so kommt und das ganze auto so voll sandet einfach letzte nacht gewesen gerade nach dem waschen jetzt habe ich es gerade noch mal auf dem parkplatz ein bisschen abgewischt ich hoffe es hat was gebracht glänzen tut es nett aber sauber einigermaßen sieht sauber aus sollte sauber aussehen auf jeden fall da sind sie alle da sind sie alle mal sehen vielleicht findet man ein paar bekannte hier da kennt man ja auch schon ein paar aus der szene ich hoffe die haben hier irgendwo wc ist also ich muss übelst dringend aufs klo hallo soll ich ranzoomen auch gut ja ja danke boah digga was da alles rum steht echt schon fett geil mal sehen ob wir irgendwo parkplatz finden ein schönes parkplätzchen da irgendwo vielleicht tatsache jaja youtube aber nicht so groß 65 abonnenten ja ja ich mache es noch nicht so lange so weisse motorrad fahren autofahren echt jetzt ach so steht ja steht da drauf danke dir na gut perfekt dann ist gleich da da steht die schöne optische carbon dinge sind auf jeden fall dran alles schmutzig voller sand junge junge alles frisch gewaschen gestern gehabt man irgendwas ja das rum steht also ich sage euch jetzt schon mal vorweg ich bin kein experte was die ganzen autos angeht wisst ihr ich meine ich habe Wenn da irgend so ein Box da, Vierzylinder Motor ist, irgendwie, Digger, zum Beispiel hier, Digger, ich kenne mich nicht aus mit irgendwelchen, oh, so, hier sehen wir ein Boxer Motor mit irgendwelchen Sachen und hier Vierzylinder, Einspritzung, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was hier rum ist, Digger, weil ich, ich kann die Autos halt nur vom optischen Dings bewerten, also ich habe keine Ahnung von gar nichts eigentlich, so, Jürgen, deswegen erwartet da nicht zu viel irgendwie crazy Content von mir, Digger, ich erzähle euch nur, was ich hier sehen kann. Und der hat hier übrigens auch echtes Carbon, nicht so wie ich bei einer Abdeckung, Alter. Oh, 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 die Spiegel, ey. Aber wobei, die Spiegel, da kenne ich mich aus, Alter, die Spiegel, das ist aber Fake Carbon, Alter, da habe ich die gleichen, Alter. Der hat sich einfach draufgeklebt, geil, geiler Team, genau wie ich diese Abdeckung draufgeklebt, Mann. Bruder sieht aber wild aus, Alter, der sieht wild aus. Der ganze Carbon-Dach auch noch. Boah, da ist das erste Ba- Dig, was geht, was geht, was geht. Ich will Digger, schon mal da, erstes Bike. Keine Ahnung, KTM irgendwas. Ja, irgendwie müssen wir da nochmal vorbeilaufen, Digger, ich habe den nur so von der Ecke gesehen ein bisschen. Digger, Bro. die jungen auf jeden fall aber der der ist auch krass der toyota gr 86 oder gt 86 die läuft ständig durch willst du was sagen liebe das ist leicht gemacht also bmw hat überhand hier auf jeden fall wie viel zoll haben die 22 der berührt ja schon das muss das muss ja luftfahrwerk oder so sein du kannst ja nicht rumfahren der ist krass digga da passt die ganze faust rein bruder digga aber schon mal die zeigen da sorry ist mein daily die zeigen das motor aber ich kann auch nichts dazu sagen weißt du was soll ich sagen wir sehen hier vier zylinder motor mit direkteinspritzung und hier starter und soll ich das ein bisschen erklären hier wir haben eine batterie die gibt uns 16 volt und oder auch andersrum und da sehen wir die lüftung und vergaser da hinten wir müssen unbedingt nachher noch parken was ist das überhaupt für ein auto ja aber welches digga das ist ja noch nie gesehen so ja irgendwie so suv mäßig irgendwas gell denkst du wir sehen heute noch ein lambo ja boah corvette welche ist das c3 sag ich oder c3 corvette ich kenn mich aus bestimmt digga du kannst mir doch nicht erzählen dass du dafür tüft bekommst bro digga bestimmt der ist mit einem ohr hier gefahren und der hier reingestromt als deko alter jung aber diese spoiler sind auch so krank alter digga ich finde civics auch so geil alter mit diesen bbs felgen oder ne das sind keine bbs was ist das tec der kenne ich gar nicht digga was den sound man noch mehr motorrad fahrer endlich junge irgendwann so ein bike haben der ja das wäre geisteskrank das ist echt carbon sagst du oder ne ne klingt nicht so oder eigentlich schon ne ich sag toyota aber ich weiß nicht was das ist ein ford lol eigentlich also von der form her auf jeden fall das sieht aus wie so ein japaner weißt du wie so eine supra aber ehrlich geil denkst du das ist doch das ein feuerlöscher oder so eine lachgaseinspritzung da das rote das ist äh exo de brück ne das ist ein nos oder was lachgase was die ganzen idiotische chattels nicht reinpfeifen digga das spike da vorne ist aber auch crazy Bock auf carwash hier drüben die machen jetzt carwash digga irgendwie hab ich die vermutung ich darf das gar nicht nicht film oh junge junge 10er wenn du hingehst und fragst ob sie dein auto auch waschen können wer von euch männern einfach ja ohne was zu sagen einfach reinfahren einfach reinfahren digga pass auf den hörst du nicht okay digga die machen hier aber richtig gute show an sich eigentlich weißt du ja so an sich ja ja sind das alles handfeste schrauben oder was aus und rum oder das ist dekoration die schrauben ne die haben schon die haben schon zweck krass man din 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 ja hier findest du echt manche autos die hast du noch nie in deinem leben gesehen ehrlich ja doch nicht schon aber jungen was ist dieser gelbe was ist das das ist ein civic oder so ein ganz alter civic oder nicht so das hast du noch nie gesehen hier auf der straße gefühlt die geist ist krank man ja 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 ist mein auto in dem youtube video welches auto ist deins das wir haben gerade drüber gesprochen das ist egal welches bau hier ist der 97 boah das ist alt alter was ist der youtube channel ja silter heiße ich aber sehr kleiner challenge sehr klein solange das auto im video ist abonniere ich oh perfekt das heck darfst du nicht zeigen man muss sich zensieren ja hier 66 abonnenten so heiße ich silter sag mal her mach ich mal ein foto davon wann kommt das video ähm im besten fall morgen sogar schon gut dann schau ich es mir an wenn das heck drin ist bis gleich wir haben das auto alleine poliert ja ah poliert ist sogar alles gemacht ja und das heck das wollt nicht ja da steht noch saft übrigens drin im red bull nur dass du bescheid weißt ja ich dachte man sieht das nicht so krass wir sind da drüber vorbeigelaufen das sieht aus wie so ne theke einfach ja ja aber nice echt sehr nice sein nice dankeschön machs gut ciao ja ciao boop Digga was ist das Glowshift sind das so drehzellmesser oder was dort oben an der seite das sind ja wie in so ein Flugzeug wie hier alter das sind ja echt die drehzellmesser digga da noch corvette ich weiß gar nicht welche sind das jetzt hier c4 c5 irgendwie so in die art das sind auf jeden Fall auch alte digga aber die sehen so wild aus die sehen sehr laut digga dinge das ist wie so ne gta-garage dinge das ist wie so ne gta-garage dinge das ist wie so ne gta-garage dinge das ist auch full beklebt alter mit so james bond stuff dinge wild 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 Dinge das ist wirklich wild 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 Ah, da bist du. Mach's gut. Wie viel hast du reingesteckt? Mit Tank. Sagen wir ohne Tank. 30. 30? Sieht gut aus, aber... Ja, ich hab immer diese zwei Teile vor. Ja, ja. Nur so ein paar optische Sachen, gell? Ey, sieht aber geil aus. Digga, sowas siehst du auch nicht mehr normal auf der Straße. Junge, richtig geil. Der wird so durchgenommen da drin, Digga. Alter, ist das eine Hayabusa oder was? Was ist das für ein Bike? Warte mal. Ja doch, das ist echt eine Hayabusa, Digga. Junge, die sieht so geil aus, Digga. Digga, der ist sogar Rechtslenker, weißt? Digga, wie geil. Alter. Skyline, Bro. So, dann würde ich sagen, sind die Herz-Tuning-Nights für heute beendet. Die gehen halt noch bis 0 Uhr, aber ich bleib hier nicht bis 0, ey. So viel Zeit hab ich gar nicht. Aber zumindest war es echt geil, mal so ein paar Autos anzuschauen. Generell die ganze Atmosphäre, die Show, die wir dort haben. Echt gut, was wir da so gemacht haben vom Content her. Hat mir sehr gefallen, auf jeden Fall. Na ja, auf jeden Fall Bock nächstes Jahr wieder hinzukommen. Wie jedem auch sei, würde ich sagen, war es das für heute mit dem Video. Danke an alle, die das Video sehen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.